Wenn die Deutschen sagen, ich glaube an Reinkarnation, dann sage ich Folgendes. Hey, weißt du, dass Reinkarnation mit Custom-System verbunden ist? Das bedeutet, wenn du ein gutes Leben lebst, dann in dein nächstes Leben wirst du in eine höhere Kaste geboren. Und laut dieser Lehre gibt es auch niedrigere Kaste, gibt es auch unberührbare Menschen. Ich sage, glaubst du das wirklich? Und die meisten sagen, ah, okay, das glaube ich nicht. Und dann fangen sie zu zweifeln, was sie glauben. Und das ist eine gute Opportunität, eine gute Chance, mit dem Evangelium anzufangen. Hey, guck mal, die Bibel sagt, es gibt ein Leben, einen Himmel, eine Hölle. Und ja, das benutze ich auf jeden Fall, dieses Argument. Aber ja, zum Beispiel, manche Leute sagen, ja, dieser Custom-System glaube ich nicht wirklich. Aber ich glaube, dass, wenn du ein gutes Leben führst, dann in dein nächstes Leben gibt es etwas Besseres für dich. Und ein schlechtes Leben führst du, ja, in dein nächstes Leben wirst du bezahlen dafür irgendwie. Ja, okay, das gibt es. In Hinduismus, das bedeutet Custom-System. Ja, das glaubst du, ja. Und die Nazis in den 30er Jahren, das haben sie geglaubt, das Blauäugige und Blondhaarige Menschen, sie sind höhere Menschen als andere, weißt du? Hinduismus ist total rassistisch eigentlich. Oder nicht rassistisch, aber das ist nicht der richtige Begriff dafür. Aber dieses Kassensystem ist natürlich total menschenfreundlich, ist total, sorgt einfach nur für Unterdrückung. In welcher Kaste warst du eigentlich? Ja, ich bin Christ eigentlich, wenn jemand Christ wird, ist eigentlich automatisch dieser Mensch in der niedrigsten Kaste. Also warst du in einer Kaste. Du warst ein Unberührbarer. Ja. Sozusagen. Sozusagen, ja. Aber das Ding ist, sagst du, Rassismus, das bedeutet, es gibt diese ethnischen Leute, die andere ethnische Leute hassen. Das ist Rassismus. Aber das Kassensystem ist, dass einige ethnische Leute, die hassen einander. Das ist verrückt. Ja. Aber was sagt die Bibel dazu? Apostengeschichte 10, Vers 28. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Diese östliche Spiritualität ist ganz einfach gelogen. Es geht alles gegen die Bibel. Es ist antichristlich. Und die Bibel sagt, dass wir keinen Menschen gemein oder unrein nennen sollen. Und was Petrus hier gesagt hat, das war falsch. Er hat gesagt, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren. Aber das ist einfach nur seine Vorstellung. Und ich bin ein bisschen darauf eingegangen in meiner Predigt über Patriotismus, dass einfach seine Vorstellung, dass Juden nichts zu tun haben dürfen mit Angehörigen eines anderen Volkes. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Sondern die Bibel lehrt, wenn jemand Jude werden wollte, klar, er hat sich halt beschneiden lassen, hat innerhalb eines Stammes gewohnt und er wurde dann zu diesem Stamm gerechnet. Er wurde einfach als Jude gerechnet, obwohl er ethnisch gesehen kein Israelit war. Also die Bibel lehrt das Gegenteil vom Hinduismus, was dieses Kassensystem betrifft. Wir sollen keinen Menschen unrein nennen. Das ist einfach pervers sowas. Und es ist so lustig, wie sich dann Leute in westlichen Kulturen einige Sachen rauspicken vom Hinduismus, die sie toll finden. Das, was ihnen halt gefällt. Und natürlich, jeder Mensch will irgendwie ein besseres Leben haben. Sich irgendwie was Besseres erhoffen. Aber es ist wirklich traurig letzten Endes, weil gerade sie werden überhaupt nichts Besseres bekommen. Gar nichts Besseres. Dabei könnte es so einfach sein, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Und dann wirst du wirklich was Besseres bekommen. Dann wirst du im Himmel sein. Mit Gott sein. Ja. Ja.